Ein sehr hochwertig verarbeiteter Winkelsucher, mir von Hootman, wird geliefert mit dieser Verpackung, mit dieser Tasche, ist um 360 Grad drehbar, das heißt man kann das wirklich aus jeder Richtung in den Winkelsucher reinschauen, muss ich also hier nicht großartig verrenken. Zu diesem Set gehört also hier eine Tasche, wie gerade eben schon erwähnt, da sind also alle Adapter drin für alle gängigen Kameramärkten, falls man vielleicht doch mehr als eine besitzt oder sich mal was neues kaufen möchte. Ich habe jetzt hier mal den rausgenommen für die Canon, der wird also ganz einfach auf diese Metallschiene drauf geschoben, sitzt auch fest. Zur Befestigung an der Kamera nimmt man einfach den Sucher, die Abdeckkappe hier oben ab und schiebt dann den Winkelsucher einfach in diese Führungsschienen rein. Zack. Zweifach verstellbar, einmal zweieinhalb große fache Vergrößerung und einfach. Was ich jetzt nicht so zeigen kann, ist also, dass das Bild tatsächlich, also der Blick durch den Winkelsucher hindurch sehr hell ist, sehr klar ist und also da wird auch nichts am Rand irgendwie abgeschattet oder wignetiert. Ist also wirklich ein astreines Bild. Und an der Kamera selbst halt eben, wie gesagt, verstellbar, 360 Grad, einmal im Uhrzeigersinn und zurück. Und die Augenmuschel ist auch weicher Gummi, der, wenn man also das Auge drauf hält, wirklich sehr gut auch Lichteinfall verhindern kann, dass man also wirklich einen ungetunten Blick auf das Bild hat, was man also im Sucher sieht.